Keine Titel für falsche Kinder, König Karl III. widerruft Archie und Lilibets Prinz und Prinzessin Titel. König Charles III. hat einen erstaunlichen Schritt gemacht, indem er seinen Enkelkindern Archie Harrison und Lilibetiana die königlichen Titel entzogen hat. Diese unerwartete Entscheidung hat eine breite Debatte ausgelöst und Fragen aufgeworfen, warum sollte ein Großvater seinem Enkel die königlichen Titel einziehen? Was ist die wahre Motivation hinter diesem mutigen Schritt? In der Geschichte der britischen Königsfamilie mangelt es Neandrama, und diese jüngste Wendung bildet da keine Ausnahme. Alles begann, als Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2020 beschlossen, von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten. Seitdem haben sich bedeutende Veränderungen ergeben, dass ihre Kinder Archie und Lilibetnan ihre Titel beraubt wurden. Aber was bedeuten diese königlichen Titel wirklich und warum sind sie in der königlichen Welt so wichtig? Titel sind mehr als nur eine Formalität, sie haben ein enormes Gewicht und repräsentieren Status, Privilegien und Schutz. Wenn König Charles seinem Enkel diese Titel einzieht, ist das nicht nur ein Familienstreit, es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Monarchie an eine sich verändernde Welt anpasst. König Charles wünscht sich seit langem eine kleinere, modernere Monarchie, die weniger auf öffentliche Mittel angewiesen ist und mehr im Einklang mit zeitgenössischen Werten steht. Der Schritt, die Zahl der Royals, die Titel erhalten, zu reduzieren, spiegelt seine Vision wider, die Monarchie verständlicher und weniger zu einem Spektakel zu machen. Doch das hat seinen Preis, Archie und Lilibet sind die ersten Opfer dieser Transformation. Während die Kinder von Prinz William ihre Titel behalten, da sie direkte Thronfolger sind, haben Archie und Lilibet, die in der königlichen Linie keine so zentrale Rolle spielen, ihre Titel verloren. Dies wirft eine größere Frage auf, ist dies eine kalkulierte Anstrengung, um sicherzustellen, dass die Monarchie relevant bleibt, oder ist es Charles' Art, seinen Sohn Harry und seine Frau Meghan noch weiter zu distanzieren? Die Beziehung von Prinz Harry zu seiner königlichen Identität war schon immer kompliziert. Einst als geliebter Prinz gefeiert, steht Harry nun im Schatten seines älteren Bruders William als Ersatzerben. Diese Rolle wurde lange Zeit als weniger wichtig angesehen, und Harrys Entscheidung, von seinen königlichen Pflichten zurückzutreten, unterstreicht nur die emotionale Belastung, die mit seinem Titel einherging. Jetzt stehen seine Kinder vor einem ähnlichen Dilemma, wird das fehlend königlicher Titel Archie und Lilibet vor dem Druck schützen, der schwer auf ihrem Vater lastet, oder wird es neue Herausforderungen mit sich bringen? Harry hat oft davon gesprochen, dass er sich für seine Kinder ein anderes Leben wünscht, eines, das frei von den Zwängen der königlichen Tradition ist. Nun, dass ihre Titel entfernt wurden, stellt sich die Frage, war dies eine persönliche Entscheidung oder eine Entscheidung, die durch die neue Vision seines Vaters erzwungen wurde? Als Mutter wollte Meghan Markle immer das Beste für ihre Kinder. Allerdings war ihre Zeit in der königlichen Familie alles andere als einfach. Sie fühlte sich isoliert und unwillkommen und äußerte lautstark ihre Frustration sowohl gegenüber den Medien als auch gegenüber der Institution selbst. Für Meghan bedeuten Titel mehr als nur Status. Sie symbolisieren Zugehörigkeit. Was hält sie davon, dass ihren Kindern ihr Erstgeburtsrecht verweigert wird? Ist diese Ablehnung ein Zeichen dafür, dass die Monarchie neu definiert, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert königlich zu sein, oder signalisiert sie das mögliche Ende der Monarchie, wie wir sie kennen? Die Entscheidung von König Charles, Archie und Lilibert die Titel zu entziehen, hat scharfe Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorgerufen. Manche betrachten es als einen notwendigen Schritt zur Modernisierung der Monarchie, während andere es als einen harten und unfairen Akt gegenüber den Kindern betrachten. In den sozialen Medien wimmelt es von Meinungen, manche sind verärgert, andere unterstützen Harrys und Meggans Wunsch nach Privatsphäre ohne Dylas königlicher Titel. Die Debatte geht weiter, können königliche Kinder ohne Titel aufwachsen und trotzdem ein normales Leben führen? Ist das die Zukunft der Monarchie? Die Entscheidung von König Charles bringt die Monarchie an einen Scheideweg. Die Debatte zwischen der Bewahrung der Tradition und der Übernahme moderner Werte steht im Mittelpunkt dieser Entscheidung. Während einige darin einen Schritt zur Straffung der königlichen Familie sehen, argumentieren andere, dass der Entzug von Titeln ein überholter Schritt sei, der die Monarchie von der öffentlichen Meinung distanzieren könnte. Hier geht es um mehr als nur zwei Kinder, es geht darum, wie sich die Monarchie in einer sich schnell verändernden Welt entwickeln wird. Bei dieser Entscheidung handelt es sich nicht nur um einen Familienstreit, sie hat kulturelle Auswirkungen, die weit über die Palastmauern hinausreichen. Für viele ist die britische Monarchie nicht nur eine königliche Familie, sondern eine globale Institution, die nationale Identität, Tradition und Geschichte verkörpert. Wenn Titel weggenommen oder verweigert werden, kann sich das wie eine Veränderung dieser Identität anfühlen. In Großbritannien haben Titel eine besondere Bedeutung und sind fest in das Gefüge der Nation eingeworben. Aber mit der Entscheidung von König Charles scheint es, als würde sich die Monarchie von ihrer traditionellen Rolle entfernen und möglicherweise sogar neu definieren, was es bedeutet, zur königlichen Familie zu gehören. Historisch gesehen waren der britischen Monarchie Titeländerungen nicht fremd, die oft auf Zeiten politischer Unruhen zurückzuführen waren. Während des Ersten Weltkriegs entzog König Georg V. der königlichen Familie alle deutschen Titel und distanzierte sie damit von den Kriegsfeinden Großbritanniens. Ebenso dankte König Edward VIII. im Jahr 1936 ab, eine Entscheidung, die die königliche Thronfolge erheblich veränderte. Heute unternimmt Charles einen ähnlichen Schritt, wenn auch aus anderen Gründen. Seine Handlungen signalisieren den Wunsch, die Monarchie für ein modernes Zeitalter neu zu definieren, Aber die Frage bleibt, ist die Situation von Archie und Lilibet eine Folge der Entscheidungen ihrer Eltern oder ist es einfach die neue Richtung der Monarchie? Auch nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Großbritannien vor über zwei Jahrhunderten sind die Amerikaner noch immer von der britischen Königsfamilie fasziniert. Die Monarchie nimmt in der kulturellen Vorstellung viele einen besonderen Platz ein, was zum Teil auf Meghan Markles einzigartige Stellung als Amerikanerin zurückzuführen ist, die sich dem königlichen Kreis angeschlossen hat. In den Vereinigten Staaten wird die königliche Familie oft eher als Berühmtheit denn als Herrscher betrachtet, was erklären könnte, warum die Verweigerung von Titeln an Archie und Lilibet für viele persönlich erscheint. Für einige wird es als Ablehnung von Meghan und der kulturellen Brücke, der sie zwischen Großbritannien und den USA darstellt, angesehen. Wenn wir nach vorne blicken, ist eines sicher, die Entscheidung von König Karl III. ist ein Wendelpunkt in der königlichen Geschichte. Wird dies der Beginn einer schlankeren Monarchie sein oder wird es zu einem Verlust des öffentlichen Vertrauens und der Einheit der Familie führen? Nur die Zeit wird es zeigen. Die Zukunft von Archie und Lilibet und tatsächlich die der Monarchie selbst liegt nun in den Händen von König Charles und wie er sich in dieser neuen Ära zurechtfindet. Die Weltrat Jane Wie wird es Mrs. Hannschaft? Die Weltrat Jim